Eine Mod, die jeder Minecraft-Spieler zukünftig kennen sollte, die Replay-Mod von Crushpixel. Mit ihr können wir Minecraft-Gameplay in-game aufnehmen und uns im Anschluss aus allen möglichen Perspektiven anschauen, die Zeit verlangsamen oder beschleunigen und am Schluss aus dieser Bearbeitung ein Video rendern. Zur Installation der Mod benötigen wir Forge. Haben wir Forge installiert, müssen wir einfach nur die Replay-Mod-Jar in den Mods-Ordner einfügen. Mehr Informationen dazu gibt es im Video der Infocard. Damit wir unsere Videos rendern können, laden wir uns von der in der Videobeschreibung verlinkten Website das ffmpeg-zip-Archiv herunter und entpacken dies mit 7zip, Windra oder einem sonstigen Programm, mit dem man Zip-Archiver entpacken kann. Anschließend laden wir uns die ffmpeg-path-Installer BAT herunter, fügen sie in den gerade erstellten Ordner ein, starten die BAT-Datei und können die Replay-Mod nun problemlos benutzen, wenn wir Minecraft mit dem Forge-Profil starten. Immer wenn wir nun eine Minecraft-Welt im Single- oder Multiplayer betreten, wird automatisch die Aufzeichnung gestartet. Gestoppt wird sie, wenn wir eine Welt wieder verlassen. Gespeichert werden diese Aufnahmen im Minecraft-Ordner unter Replay-Recordings und sind im Vergleich zum späteren Video extrem platzsparend, sodass man keine Angst haben muss, dass vom andauernden Film gleich die Festplatte vorläuft. Erst die später gerenderten Videos werden tatsächlich spürbaren Speicherplatz verbrauchen. Wollen wir dennoch nicht, dass trotz des geringen Speicherplatzverbrauchs alles aufgezeichnet wird, können wir die automatische Aufnahme in den Replay-Mod-Einstellungen separat für Single- und Multiplayer bearbeiten, die Einstellungen treten aber erst nach dem Verlassen der Welt in Kraft. Ein Hotkey zum Starten und Stoppen der Aufnahme gibt es leider nicht. Zu Replay-Viewer und Editor gelangen wir über die Schaltflächen im Hauptmenü. Im Replay-Editor können wir Aufnahmen zuschneiden, sodass wir an einer bestimmten Stelle beginnen oder enden und mehrere Aufnahmen miteinander kombinieren, allerdings ist der Editor noch im unfertigen Entwicklungsstadium. Schöner ist da schon der Replay-Viewer. Öffnen wir eine Aufnahme, wird sie dort automatisch abgespielt und wir können sie umfangreich bearbeiten. Wollen wir die Aufnahme pausieren oder danach wieder starten, drücken wir die Taste P. Möchte ich meine Umgebung heller machen, kann ich zudem die Dunkelheit mit der Taste Z deaktivieren. Die gesamte Zeit über können wir uns normal mit WASD und Leerschiff bewegen und die Geschwindigkeit unseres Fluges wie im Spectator-Mode mit dem Drehen des Mausrads anpassen. Falls wir uns zu einem bestimmten Spieler teleportieren wollen, drücken wir B und klicken auf den Spieler. Im B-Menü können wir außerdem alle oder nur bestimmte Spieler komplett aus dem Replay ausblenden. Der Replay-Viewer ist in zwei Timelines aufgeteilt. Die obere ist vergleichbar mit dem Videoplayer von YouTube. Man kann das Geschehen abspielen oder pausieren, mit einem Klick auf einen bestimmten Punkt in der Timeline zu einem bestimmten Zeitpunkt springen und mit dem Geschwindigkeitsregler bestimmen, ob das Video in Zeitlupe, Echtzeit oder im Zeitraffer abgespielt werden soll. Die untere Timeline ist unser Schnittprogramm. Dort wird nur das abgespielt, was in unserem fertig bearbeiteten Video zu sehen sein wird. Auf die Buttons können wir klicken, wenn wir den Chat geöffnet haben. Drücke ich also bei der oberen Timeline auf Play, wird das Rohmaterial abgespielt und wenn ich unten auf Play drücke, beginnt das Video direkt mit dem Highlight, es werden die von uns eingestellten Kamerafahrten durchgeführt und die Zeit läuft in den wichtigsten Momenten langsam und in unwichtigen Momenten im Zeitraffer. Benutzt werden dafür Keyframes. Diese funktionieren folgendermaßen. Ich sage meinem Programm zuerst, wie mein Bild am Anfang und danach, wie es am Ende aussehen soll und es berechnet für jeden Zeitpunkt die Zwischenschritte. In der Praxis sieht das dann so aus. Ich möchte eine Kamerafahrt von meinem Gebauten erstellen und die Cam soll sich am Anfang in diesem Blickwinkel befinden, deshalb setze ich für die Anfangsposition einen Keyframe. Danach soll die Kamera über einen Zeitraum von 10 Sekunden zum zweiten Punkt fliegen, also fliege ich zu diesem Punkt, öffne den Chat, setze mit einem Linksklick den gelben Regler von nur auf 10 Sekunden und klicke ein weiteres Mal auf den Positionskeyframe. Die Replaymod berechnet daraufhin automatisch die genauen Punkte, welche die Kamera in den 10 Sekunden auf ihrem Weg von Punkt 1 zu Punkt 2 zurücklegt. Die Strecke kann ich mir beim Drücken von H auch anzeigen lassen und mit einem weiteren Keyframe also insgesamt drei Stationen einfügen, die von der Kamera in einer bestimmten Zeit abgearbeitet werden. Für den ersten Teil benötigt die Kamera 10 Sekunden, für den zweiten Teil 5 die Gesamtlänge des Videos beträgt also 15 Sekunden und die Wiedergabe wird dann auch automatisch gestoppt. Momentan macht unsere Kamera jedoch bei einer mittleren Station einen ordentlichen Ruck, da sich die Blickrichtung plötzlich ändert. Gehen wir jedoch in die Replaymod-Einstellungen und setzen den Wert für Path Interpolation von Linear auf Cubic, werden alle Ecken unserer Kamerafahrt abgerundet. Unsere Kamerafahrt ist nun eigentlich fertig, allerdings erscheint eine Errormeldung, weil die Time Keyframes fehlen. Wollen wir einfach nur simpel einen Flug um unser Haus zeigen, reicht es völlig aus, einfach einen Time Keyframe Anfang und Ende zu setzen. Möchte ich stattdessen jedoch eine Timelapse von meinem Gebauten machen, also alles was ich über einen langen Zeitraum gebaut habe, in wenigen Sekunden zusammenfassen, macht es viel Sinn sich mit den Time Keyframes genauer zu beschäftigen. Ich setze dafür einfach ganz am Anfang einen Time Keyframe, gehe dann im Rohmaterial zum Ende, in der Keyframe Timeline bei 0.10 Sekunden weiter und füge an dieser Stelle dann einen weiteren Time Keyframe hinzu. Wenn wir also den ersten Zeitpunkt sowohl unten als auch oben bei 0.00 beginnen, den zweiten Zeitpunkt jedoch oben bei 3.42 und unten bei 0.15 nennen lassen, werden also die 3.42 aus der oberen Timeline in 0.15 Sekunden unten zusammengefasst. Möchten wir die Dinge in Zeitlupe ablaufen lassen, machen wir es genau umgekehrt und strecken beispielsweise 50 Sekunden von oben auf 1 Minute in der unteren Timeline. Für unser nächstes Beispiel möchte ich das jetzt umsetzen und alle Kämpfe meiner Survival Games Runde in Zeitlupe hervorheben. Jeden Kampf habe ich mir schon mal vorher mit M in der Timeline markiert, sodass ich nicht mehr suchen muss. Ich spule also vor bis zur ersten Markierung und setze vor Beginn einen Zeit- und einen Positionskeyframe. Die ersten paar Sekunden sollen in Normalgeschwindigkeit abgespielt werden, deshalb belasse ich die Geschwindigkeit beim Rohmaterial bei 1.0 und warte, bis es wirklich spannend wird. Sobald ich an dieser Stelle angekommen bin, drücke ich auf Pause. Jetzt kommt die Taste V ins Spiel, mit der ich den Cursor der unteren Timeline mit der oberen synchronisieren kann. Der Cursor springt also nach vorne und nun setze ich den Timekeyframe, damit die Szene später genauso schnell abgespielt wird, wie ich es gerade im Rohmaterial gesehen habe. Möchte ich die Szene spontan noch etwas langsamer abspielen, muss ich einfach nur den Timekeyframe nach hinten verschieben oder wenn ich das Ganze nun doch beschleunigen will, nach vorne. Nun fehlt noch der Positionskeyframe, mit dem wir die neue Position der Kamera speichern. Drücken wir H, können wir uns natürlich auch wieder den Pfad anzeigen lassen. Da der nächste Teil des Kampfes eine Zeitlupe stattfinden soll, stelle ich den Regler vom Rohmaterial Speed auf 0,5, spiele den Kampf daraufhin wieder mit P weiter ab und versuche für das Geschehen eine gute Kameraposition zu finden. Ist der Kampf vorbei, pausiere ich die Aufnahme wieder mit P und drücke ein weiteres Mal V, damit der Cursor im Keyframefenster wieder an die richtige Stelle springt. Nun muss ich nur noch wieder den Time- und Positionskeyframe setzen und bin auch mit dieser Szene fertig. Jetzt stelle ich die Geschwindigkeit wieder auf 1 und lasse noch ein paar Sekunden Item auf Sammeln laufen, bevor ich wieder auf Pause drücke. Jetzt drücke ich wieder V, setze einen Timekeyframe und danach einen Positionskeyframe und nun ist die Szene komplett im Kasten. Bis zum nächsten Kampf könnte ich jetzt oben den Superturbo anwerfen, indem ich die Geschwindigkeit stark hochdrehe. Eleganter geht es aber, wenn wir jetzt einfach die Taste X drücken, um uns diese Szene einzeln abzuspeichern. Als Name wähle ich Erster Kampf aus und fortan kann ich, wann immer ich will, diese Szene direkt mit einem Klick auf Load wieder an die Keyframe-Timeline laden. Nun geht es weiter zur nächsten Markierung und jetzt drücke ich C, um die alten Keyframes aus der ersten Szene, die wir abgespeichert haben, zu löschen. Am Anfang des Kampfes setze ich wieder einen Positions- und Timekeyframe, danach gucke ich mir wieder den Kampf an der gewünschten Geschwindigkeit an, drücke anschließend V und setze wieder Positions- und Timekeyframes, bis ich auch dort zufrieden bin und das ist eigentlich auch schon das Geheimnis dahinter. Mit einem Doppelklick auf einen Keyframe erhalten wir weitere Details und einen markierten Keyframe löscht man kurz und schmerzlos mit der Entferntaste. Machen wir auf einen Spieler oder eine Entität einen Rechtsklick, können wir den Kampf auch aus ihrer Sicht verfolgen. Statt einem Positions-Keyframe wird dann ein Spectator-Keyframe gesetzt, der die Position der Entität speichert. Verlassen können wir diesen Modus wie in Vanille mit der Shift-Taste. Mit den Tasten J und L können wir uns außerdem auch um die horizontale Achse drehen, gesettet wird diese Drehung mit K. Mit einem Rechtsklick auf den Positions-Keyframe komme ich des Weiteren genau in die Position, in der ich den Keyframe gesetzt habe und mit einem Rechtsklick auf einen Timekeyframe gelange ich auch exakt zum Frame gespeicherten Zeitpunkt. Wenn ich also mitten im Kampf wissen wollte, ob mein Gegner Dreck unter den Schuhen hatte, ich diese Kamerafahrt jedoch im Nachhinein nicht gut finde, kann ich einfach einen Rechtsklick auf den vorherigen Keyframe machen, um wieder zu meiner alten Position zu gelangen, um eine neue, bessere Kamerafahrt zu drehen. Angucken kann ich mir die fertige Szene mit dem unteren Playbutton und wenn ich dabei freie Sicht haben will, muss ich einfach F1 drücken. Man hat zusätzlich auch noch die Möglichkeit, fliegende Bilder in die Aufnahme einzubauen. Dafür drücken wir G, danach auf Add und wählen das gewünschte Bild aus. Bei mir ist das ein Diamantbild als PNG-Datei. Vorteil der PNG-Datei ist, dass der Hintergrund transparent ist. Danach schließen wir das Menü mit Escape, fliegen zur Position, an der das Bild erscheinen soll und drücken F. In dem nun erscheinen Menü klicken wir wieder auf Add und wählen bei Asset File das eben gerade ausgewählte Bild aus. Soll das Bild einfach nur die gesamte Zeit starr im Bild bleiben, sind wir an dieser Stelle fertig, es besteht aber zusätzlich noch die Möglichkeit, das Bild zu animieren. Auch hier werden wieder Keyframes benötigt, bei denen wir die Anfangs- und Endpositionen vorgeben und Minecraft berechnet dann automatisch alle Zwischenpositionen. Ganz am Anfang soll das Bild beispielsweise noch am Ursprung stehen, sich aber danach innerhalb 10 Sekunden 3 Blöcke nach X und minus 2 Blöcke nach Y bewegen. Ich setze also bei 0,0,0 einen Position Keyframe, gehe dann mit dem Cursor zu 10 Sekunden und addiere zum X-Wert eine 3 und subtrahiere von Y2. Mit den Orientation Keyframes können wir das Bild zudem drehen. Möchte ich also zum Beispiel, dass sich das Bild innerhalb 5 Sekunden einmal um die vertikale Achse dreht, gebe ich für den ersten Keyframe im ersten Feld eine minus 180 ein, gehe danach 5 Sekunden weiter und trage im weiteren Keyframe positive 180.0 ein. Ich kann außerdem dafür sorgen, dass sich das Bild um einen bestimmten Punkt dreht. Trage ich also für den X-Wert beim Anchor-Point eine 1 ein, wird sich der Diamant nicht mehr um seine eigene Achse, sondern um einen einen Block entfernten Punkt drehen. Mit Scale können wir das Bild in alle Himmelsrichtungen verzerren und mit der OPC bestimmen wir die Deckkraft des Bildes. Damit sind wir mit allen Funktionen fertig, jetzt können wir noch mit N einen Thumbnail für die Aufnahme bestimmen und müssen nur noch auf das Speichern-Symbol klicken. Bei der Rendering Method können wir mit Default Rendering das normale Video unserer Keyframe-Timeline produzieren lassen oder mit Stereoscopic Rendering eine 3D-Sicht erzeugen. Cubic und Equity Rectangular Rendering sind 360 Grad Aufnahmen für Virtual Reality Brillen oder die YouTube 360 Grad Funktionen. Ich persönlich rendere das Ganze als MP4 High-Quality in Full-HD-Auflösung und je nach Bedarf können wir auch die Framer des Videos erhöhen. Den genauen Dateinamen können wir beim Klick auf den Output-File-Button bestimmen und in den Advanced Settings die Name-Text ausblenden oder den Himmel einer bestimmten Farbe färben, die wir später wie z.B. einen Greenscreen rauskehnen können. Jetzt müssen wir nur noch auf Render klicken und können das Video danach im Minecraft-Ordner unter replay-videos in Empfang nehmen. Wenn wir uns einen Account für replaymod.com erstellt haben, können wir außerdem im Replay-Center eigene Replays hochladen oder coole Replays von anderen ansehen. In der Nähe von 1ch Automotive in der Nähe von 2ch Automotive